Oh Gott, Alter, was machen Sie denn da? Ich lande. Ich habe gerade jemanden, der fährt gerade absichtlich den Paco an. Ich verfolge den gerade. Moment. Was war das denn? Was war das denn? Magst du dich äußern? Bitte? Magst du dich äußern gerade, was du da gemacht hast? Ich habe Bremser und Gas vertauscht.